Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Comic-Zirkel. Die Nummer sage ich jetzt nicht, das könnte sich ja wieder ändern. Bei mir habe ich die gute Annabelle und ja, dieses Mal, was haben wir dieses Mal als Oberthema? So grob könnte man sagen... Unbekannter Scheiß im Fantasy-Genre. Ja. Perfekt, ne? Ja, das sagt ich gut. Unbekannter Scheiß im Fantasy-Genre, das müssen wir irgendwie in den Text reinkriegen. Ja, das müssen wir merken. Ja, und dann fange ich direkt mal mit einer Serie an, die ich mitgebracht habe. Und zwar dürften die vielleicht einige kennen, ist es die Serie Battle Chasers. Habe ich noch nie gehört. Ja, da fängt es schon an. Die Leute kennen diese Serie und lieben sie. Ja, Battle Chasers heißt die Serie, die auch schon ein bisschen älter ist. Ich habe hier noch die Heftausgaben, die deutschen Heftausgaben, die damals noch bei Dino erschienen sind. Also die sind schon echt sehr, sehr alt. Und auch ein bisschen lustig, was die Texte angeht. Denn zu Battle Chasers muss man sagen, sie ist sehr bekannt, also vor allem in den USA sehr bekannt und auch sehr beliebt. Aber hat eine traurige Geschichte, denn diese Serie wurde quasi nie beendet. Es kamen insgesamt neun Hefte raus in den USA. Das zehnte, was lange angekündigt war, ist nie erschienen. Und das ist halt schon sehr traurig. Also die Serie begann 1998, hat damals sehr viel Aufsehen erregt, weil es von einem jungen, talentierten Zeichner kam, der halt hauptsächlich für die Zeichnungen natürlich und für die Story auch zuständig war. Dieser Zeichner hieß Joe Maduera oder heißt Joe Maduera, kurz vorm Joe Matt. Heute sollte man ihn vor allem dadurch kennen, dass er für Darksiders verantwortlich war. Also er hat halt Visual Games damals aus der Taufe gehoben und hat halt eben die Darksiders-Spiele gemacht, also mitgemacht und vor allem mitdesignt, was sofort auffällt. Dadurch gehört er halt mittlerweile zu einem meiner Lieblingszeichner. Und ich hole mir halt eigentlich alles mittlerweile, wo sein Name draufsteht, weil ich sein Zeichenzieher einfach unfassbar geil finde. Diese Serie hat aber nicht alleine gemacht, er hat sie zusammen gemacht mit Munir Sharif, der halt eben für die Story teilweise zuständig war. Ja, wie gesagt, 1998 begann das Ganze, hat damals für viel Aufsehen gesorgt, denn die Serie entstand bei Wildstorm, also quasi einer Untersektion von DC Comics. Und zwar auch noch als ganz spezielle Serie. Und zwar ist das eine Serie, bei der der Zeichner, also der Ersteller, komplett alle Rechte an der Geschichte behält. So, und er hat halt eben, und er dürfte auch immer noch die Rechte daran haben, wenn zumindest, wenn das stimmt, was in den Heften noch drin steht. Das hat aber schlussendlich auch zum Untergang geführt, denn mit den Rechten hat er aber auch die komplette Verantwortung, die komplette Arbeit an den Heften. Also der Verlag hat die halt rausgebracht, aber alles andere musste er machen. Und er musste sich halt darum kümmern. Er musste, es wurde ihm halt quasi null, er hatte null Auflagen zu erfüllen, also keine zeitlichen Termine, er musste nichts am Inhalt ändern. Und da wurde ihm nirgendwo reingesprochen, aber er musste sich halt eben um alles selber kümmern. Und das hat schlussendlich dem Heft das Genick gebrochen, weil irgendwie innerhalb von drei Jahren kamen sechs Hefte raus, was doch sehr wenig sind. Ja, aber dafür hat er bestimmt sehr viel Freiheiten gehabt, ne? Ja, ja, natürlich. Er hat sehr viel Freiheiten gehabt und das erkennt man ja halt eben auch am Zeichenstil, weil der Zeichenstil sich doch sehr stark davon unterscheidet, was damals so üblich in Comics war. Er ist angelehnt so ein bisschen an den Manga-Stil, von den Proportionen alles ein bisschen übertriebener, ein bisschen größer, ein bisschen fetter. Also wenn man Darkseil ist kennt, man weiß halt eben genau, was ich damit meine. Und heute ist das ein bisschen bekannter, ein bisschen verbreiteter. Man sieht das öfter, dass mit solchen Proportionen gearbeitet wird oder mit solchen Sachen. Damals war es das halt eben nicht. Das war so quasi der erste Comic seiner Art, der das so was gemacht hat. Und ja, wie gesagt, dadurch liebe ich halt diesen Comiczeichner, eben genau durch diesen Stil. Ja, jetzt komme ich doch mal ein bisschen, jetzt habe ich ja ein bisschen Grundinfo, jetzt komme ich zur Story. Genau, worum geht es in Battle Chasers? Battle Chasers ist eine Fantasy-Geschichte, keine klassische Fantasy-Geschichte, da Battle Chasers sehr viel auch, sehr viele Steampunk und auch ein bisschen Sci-Fi-Elemente reinmixt. Das erkennt man da, also es spielt halt in einer Fantasy-Welt, ich glaube die Welt heißt Gaia, um die es geht, wo es halt eben auch so was wie Zauberei gibt und solche Geschichten. Magische Schwerter, Monster, Lykantrophen sieht man direkt auf den ersten Paneelen, also Wehrwölfe. Und es gibt halt eben auch Königreiche, Könige, Banditen, Schurken, böse Zauberer, sowas alles. Aber eben in dieser Welt gibt es auch sowas wie Kriegs-Golems, was eigentlich riesige Roboter sind, die auch eine gewisse Intelligenz besitzen und mit sowas wie MGs und Flammenwerfern ausgestattet sind, was dann natürlich nicht ganz so in diese Welt reinpasst, in dieses Fantasy-Setting. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Mischung, die sehr gut ineinandergreifend zusammenpasst und zusammenpasst. So, und worum geht es genau? Also es geht um dieses Mädchen hier vorne, was man direkt auf dem Cover sieht. Das Mädchen heißt Gali. Ich hoffe, es heißt Gali, weil es wird Gulli geschrieben. Also von daher, ich gehe mal davon aus, das Mädchen heißt Gali. Und dieses Mädchen hat halt eine Kiste bei sich, hinter der irgendwelche, also hinter der diese Wölfe, Wehrwölfe her sind. Und sie weiß nicht warum, weil diese Kiste ist halt magisch verschlossen und sie weiß nicht, was da drin steckt. Aber diese Wehrwölfe wollen sie unbedingt haben, haben halt vermutlich ihren Vater, der halt ein bekannter Mann ist, ein bekannter Ritter ist, getötet. Also vermutlich getötet, man weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht genau. Haben ihre Tante überfallen, sie auch getötet und sie halt verjagt. Sie ist nun auf der Flucht mit dieser Kiste, trifft dann auf diesen Cyborg, beziehungsweise den Kriegs-Golem, der sie dann vor diesen Lykantrophen erstmal rettet. Und kommt dann mit ihm zusammen zu einem scheinbar sehr bekannten, aber mittlerweile etwas zurückgezogen lebenden Magier. Der dann diese Kiste öffnet und da drin findet sie halt Handschuhe, die wohl einst ihrem Vater gehört haben. Und im späteren Verlauf sich herausstellt, dass diese Handschuhe dem Mädchen oder jedem, der sie trägt, extreme Kräfte verleihen. Ja, und das ist so quasi der grobe Aufhänger. Sehr viel mehr verrate ich mal nicht, weil wie gesagt, es gibt halt eh nur eine begrenzte Anzahl an Heften. Und wer es halt lesen will, sollte sich da nicht allzu sehr spoilern lassen. Und da will ich auch nicht spoilern. Was auf jeden Fall schon direkt eingeführt wird, sind sehr viele Figuren, Königreiche, Intrigen, Verbindungen zueinander. Dann geht es da um Verrat und er will sich rächen. Und das ist aber jetzt schon ein paar Jahrzehnte her und er hat eine Vorgeschichte. Also jede Figur hat schon eine bestimmte Vorgeschichte, die auch leicht angerissen wird, leicht erklärt wird oder halt eben auch nur leicht angedeutet wird. Und da ist es halt umso trauriger, dass man sich halt gerade so nach sechs Heften eingelesen hat. Und dann auf einmal, ja gut, jetzt ist halt auch Schluss, also jetzt gibt es nicht mehr. Ja, und vor allen Dingen, weil es nur so wenig Hefte sind und die Story sich doch relativ komplex anhört, wie ist das Tempo so in dem Comic? Ist da viel Story auf dem Haufen gequetscht oder wie ist so das Tempo? Ja, ich würde sagen, es ist schon rasant, aber es überschlagen sich nicht die Ereignisse. Also es ist ein angenehmes Pacing. Also innerhalb dieser ersten drei Hefte hat man halt schon einige Kämpfe gegen einige Schurken. Figuren haben halt quasi ihre ersten Auftritte und können halt schon richtig fett beweisen, was sie halt eben drauf haben. Man erfährt, wie gesagt, auch schon genug von dieser Welt, um halt so ungefähr zu erahnen, worauf das Ganze anspielt, wo die Reise hingeht. Ja, und wie gesagt, es ist halt ein angenehmes Lesetempo. Es überrumpelt einen nicht, es ist aber auch nicht zu langsam, nicht zu langatmig, nicht zu langweilig. Die Übersetzung bei diesen uralten Heften, die halt wohl um 2000 herum, ich kann ja mal schauen, vielleicht steht es ja drauf. Überall 2000. Ja, nee, kam im September 00, also im Jahr 2000 halt raus. Ja, die Übersetzung ist an einigen Stellen ein bisschen komisch. Aber okay, man kann drüber hinwegsehen. Ja, wer jetzt Interesse an diesen Heften hat, an Battle Chasers, dem sei eine frohe Botschaft zu verkünden, denn Battle Chasers ist mittlerweile neu aufgelegt in Deutschland als großer Hardcover-Sammelband über Crosscult, wo halt nicht nur diese sechs Geschichten drin sind, weil mit dem dritten Heft war hier Schluss und es waren halt eben nur sechs Geschichten, sondern alles, was zu Battle Chasers je rausgebracht wurde. Also so alle neun Geschichten plus einige Zusatzgeschichten, die irgendwie vorher, dazwischen und danach irgendwie rausgekommen sind, plus sogar erste Zeichnungen oder die ersten Zeichnungen des nie veröffentlichten zehnten Heftes sind halt drin. Dazu halt Skizzen und Interviews und allem möglichen Scheiß. Das ist halt ein richtig schöner Sammelband, wie gesagt Crosscult. Das Blöde ist, der kostet halt 50 Euro, ist schon eine Stange Geld. Aber nachdem ich die Hefte gelesen habe und verstanden habe, warum die Leute das so lieben, also ich spiele jetzt mit dem Gedanken, mir das Ding echt zuzulegen, weil ich hab da Bock drauf. Vor allem, ich will halt eben wissen, wie es dann doch noch wenigstens diese zwei Hefte weitergeht. Also hier sind halt nur die ersten sechs Geschichten drin, danach hat der Verlag aufgehört. Was sehr lustig ist, da nämlich hier in diesem ersten Heft wurde noch groß rumposaunt, und sagt, ja, das ist der Shit, das kommt gerade aus den USA, wird da hart abgefeiert. Wir lieben es, wir können es euch nur empfehlen. Schreibt uns, wie ihr es findet, das wird so supergeil. Und dann genau drei Hefte später schreiben sie, tut uns leid, Leute, das ist das letzte Heft, das war's. Mehr wird es nie geben von uns. Ja, das tut einem in der Seele weh. Ich zeig noch mal das geile Cover-Artwork. Ach, hast du das schon reingehalten? Ich finde das großartig. Also ich liebe seinen Stil. Man merkt zwar noch, dass es halt quasi die Anfänge dieses Stils beim Waren, ich finde, das sieht man, also mittlerweile ist er sehr viel gefestigter, wenn man so seine aktuellen Comics sieht. Aber der ist einfach nur fantastisch. Also ganz, es gibt nicht viele Zeichner, die ich mir merke, aber er war so einer der ersten, dessen Namen ich mir halt gemerkt habe und ganz groß aufgeschrieben. Und ich sage, jedes Mal, wenn ich drüber stolpere, ich hole mir alle Hefte von ihm. Auch wenn es nicht meine Serie ist, wird trotzdem gekauft. Ja, manchmal hat man das, ne? Ja. Ja, mehr gibt es halt, wie gesagt, zu Battle Jaysers nicht zu sagen. Also von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung. Noch mal Dank an meinen ehemaligen Arbeitskollegen, der mir die Hefte damals empfohlen hat. Ja, ey, der geht richtig stall drauf. Sogar sein Nick basiert sogar auf einem der Charaktere hier, den er seit Jahren verwendet und unter dem er schon teilweise auch sehr bekannt ist in den Foren. Grüße, David. Von daher, meine herzlichste Empfehlung, holt euch den Sammelband oder holt euch halt die Hefte über Ebay oder wo auch immer. Ihr könnt damit eigentlich nichts falsch machen. So. Dann gehen wir weiter zum nächsten Heft. Das hast du gestellt. Und da freust du dich super mega drauf. Und zwar Red Queens. Was einige in den Kommentaren oder einige in der Community freuen dürfte, weil ja schon der Vorschlag kam, ey, macht doch mal Red Queens. Ja, ja, und ich konnte es nicht abwarten. Ich bin eigentlich nur durch Zufall drüber gestolpert. Und zwar hat mir Amazon das empfohlen. Und ich mag halt durch Saga, was wir hier auch noch liegen haben, diesen quietschebunten Stil und diesen Zeichnstil, diese Farben einfach total gern. Und die ersten zwei Seiten eine Leseprobe und eine Suppe bestellt. Wobei man sagen muss, dass hier das Cover-Artwork nicht vom selben Zeichner ist, wie das eigentliche Heft. Also es sieht zwar cool aus, also ich finde das Cover auch sehr, sehr geil, vor allem diese Riesenechse. Aber der Zeichner ist dann doch ein anderer und... Und ein sehr unerwarteter. Denn ich habe meinen Zettel verloren. Ich kann mir den Namen nicht merken. Und zwar ist der Zeichner... Genau. Rock Up Church. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Man erwartet eigentlich wirklich, dass es eine Frau gezeichnet hat. Also ich bin fest davon ausgegangen, dass das ein Mädel war, das das Ding gezeichnet hat. Ich weiß nicht, warum. Das soll jetzt auch nicht irgendwie böse oder doof klingen. Aber ich bin da doch schon fest von ausgegangen. Aber es ist dann doch ein Kerl. Ja, genau. Rock Up Church. Ich habe nicht so viel über ihn gefunden. Ich glaube, er hat noch nicht so viele Sachen gemacht. Ein Comic, den er gezeichnet hat, nennt sich Vessel. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Davon gibt es auch so acht, neun Bände oder so. Von Red Queens ist bis jetzt nur dieser Trait hier erschienen. Ich glaube, in Amerika gibt es jetzt noch weitere Einzelhefte. Wann der nächste Trait rauskommt, weiß ich leider nicht genau. Aber zurück zum Rock Up Church. Er hat einen Blog. Und das finde ich immer total sympathisch. Wenn Comiczeichner Blogs machen, wo sie dann ihre Skizzen, wo sie aufwärmen, also ich sag mal aufwärmen, Skizzen machen. Oder die ersten Panel von dem neuen Heft. Und dann guckt man sich das an und denkt, ja, es geht bald weiter. Und das finde ich total sympathisch. Ja, ja, da gibt es halt einige. Und ich glaube, es werden auch langsam immer mehr. Also auf Tumblr findet man zum Beispiel ganz viel. Auf der Vient Art, seit Jahren schon gibt es halt die. Aber der Vient Art ist halt nicht so blogmäßig. Also da bekommt man das nicht so schnell mit. Aber so Tumblr ist zum Beispiel ganz cool. Wen gibt es da? Also Scotty Young zum Beispiel verfolge ich auf Tumblr, der halt seine ganzen Zeichnung, der halt für diese Marvel Baby Covers bekannt geworden ist. Der ist super. Also auch Joe Matt hat seinen Blog im Netz, den ich halt immer mal wieder, immer regelmäßig angucke, ob es da irgendwie neue Skizzen gibt. Und die machen da halt auch wirklich viel. Also es ist nicht so, dass man irgendwie alle drei Monate mal ein neues Bild von ihm sieht, sondern er haut da einfach jede Skizze drauf, die er macht, habe ich das Gefühl. Und die sehen auch wirklich super aus. Und der Autor nennt sich Curtis J. Wiebe oder Wiebe. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Er hat 2009 angefangen und die Geschichten, also ich habe bis jetzt gefunden, dass er Red Queens geschrieben hat. Und noch eins, das nennt sich Peter Panzerfaust. Oder Panzerfaust. Ich weiß nicht, wie die Amerikaner oder Engländer das auch sprechen würden. Die sind alle noch relativ unbekannt. Also ich habe leider nicht viele Infos gefunden, aber dieser Comic lest ihn alle. Das ist eine totale Empfehlung von mir. Er sollte zuerst gekickstartert werden, aber eine Woche bevor diese Kickstarter-Kampagne angefangen hat, hat Image Comics gesagt, ey, das ist geil. Wir wollen das haben, wir wollen das rausbringen. Und deshalb ist es jetzt bei Image Comics erschienen. Geplant angeblich. Angekündigt diesen Juni. Das ist vielleicht eventuell eine TV-Sendung. Also eine Comic-Animation. Zeichentrickserie. Zeichentrickserie. Ich bin da skeptisch, ob das so cool wird. Ja, mal gucken. Also dadurch, dass es halt sehr, was man halt dazu sagen muss, ist es halt eine doch sehr dreckige und auch gewalttätige, ich habe jetzt gerade ein paar Bilder in die Kamera gehalten, Serie, also wo halt eben, es geht halt um diese vier Mädels. Genau. Und was schon mal lustig ist, wie die hier eingeführt werden, das Betty, bla bla, tequila, wodka into magic mushrooms. Und das nennt man halt den Betty. Also das ist ein Getränk. Und die sind halt echt untypisch. Ja, das sind halt, also ich sage, das ist halt so, so dieser, dieser neue, ne, die noch nicht. Das ist halt dieser neue Trend, von wegen, dass Mädels halt immer nicht die kleinen süßen Prinzessinnen sind, sondern halt auch mal die rotzfrechen Powergirls, die halt auch mal fuck sagen und sich über Sex und Dreck unterhalten und spucken und sich prügeln. Das tun sie ja sowieso in den Comics. Und scharf drauf sind, sowieso auf Gewalt. Genau, auf Gewalt scharf sind und Typen flachlegen wollen. Wenn dann eine Barschlägerei ist, die machen die ganze Bar kaputt. Also wenn die kommen, die Bar ist hinüber. Ja, ja, was ja schlussendlich halt der Aufhänger für die Geschichte ist, weil das führt halt eben zu dem Problem, dass sie halt in ihrer Stadt, in der sie als Gruppe, als Quest-Squad tätig sind, nicht mehr gern gesehen werden, weil sie halt eben zu viel kaputt machen. Die machen zu viel Randale, machen die ganze Stadt kaputt. Die Bewohner haben da keinen Bock mehr drauf. Ja, die Bewohner hassen sie alle. Die haben aber einen guten Draht zu den Stadtwachen und bekommen dann halt quasi eine Quest von denen, auferlegt, die sie sich halt eben nicht aussuchen dürfen, sondern die müssen sie machen. Zusammen mit ein paar anderen Squads, die halt eben auch nicht so super gern gesehen sind. Aber wie es sich halt im Nachhinein herausstellt, scheint dieser Quest, dieser Auftrag, nicht einfach nur irgendein x-beliebiger zu sein, sondern eine Falle. Da einige der anderen Squads durch einen Assassinen oder durch eine dunkle Gestalt halt in Mitleidenschaft gezogen werden und auch die Red Queens halt eben angegriffen werden und nur mit knapper Not halt mit heiler Haut da rauskommen. Ja, und das ist halt der Aufhänger der Geschichte. Damit beginnt das alles. Ja, sehr viel mehr sollte man vielleicht nicht verraten. Und, ich sag mal, also die Geschichte, also wer quasi dieses Attentat auf sie ausgeführt hat und was dahinter steckt, wird schon teilweise in diesem ersten Heft aufgeklärt. Aber die Aufklärung führt dann quasi zu weiteren nebulösen Geheimnissen und Andeutungen und führt halt die Geschichte und da geht halt die Geschichte quasi nahtlos ins nächste Abenteuer weiter. Genau. Und ja, ich muss sagen, ich hab lange überlegt, ob mir das Heft gefällt. Weil wie gesagt, also ich find, es ist halt sehr, sehr girly-mäßig. Also ähnlich, also ich vergleiche es halt gern mal so mit diesen neuen Sitcoms so was wie Two Broke Girls oder so was. Ja, doch. Aber ich glaube, ich find's cool und hab auch Bock weiterzulesen und weil vor allem der Zeichenstil, wie Annabelle schon erwähnt hat, ich find den dann super. Der ist so richtig schön dreckig und man sieht halt die Bleistift-Outlines und Forstkitzen und es ist super geil koloriert und auch das Design der einzelnen Figuren ist halt einfach fantastisch. Ja, weil die halt auch mal untypisch sind. Weißt du, diese Schwertkämpferin hier, das ist halt mal ein kleiner Zwerg. Ja, es sind halt eben keine Sexmonter, wobei ich ja noch nicht mal sagen würde, sie ist ein Zwerg. Also ich dachte einfach nur, sie ist halt ein bisschen klein und ein bisschen stärker. Ja, es ist so ein bisschen mobbelig. Ein bisschen stimmiger. Ja, das find ich total sympathisch. Ja, und hat keinen Bart. Ja, und hat keinen Bart. Und ich muss, echt auf jeder Seite muss ich mindestens einmal voll ablachen und ich find das einfach, den Humor hier drin find ich klasse. Ja, wobei er fast schon, also zumindest was dieses Vulgäre angeht, schon fast so an der Grenze ist mit Okay, zu viel. Aber du stehst auf Deadpool. Ja, aber Deadpool sagt ja nicht die ganze Zeit Fuck, Schwanz, Sack und sowas. Das macht er ja nicht die ganze Zeit. Ich bin eigentlich auch nicht so ein Mensch, der auf sowas steht, aber hier find ich das einfach total, weil es halt in so einem Setting ist. Weißt du, der, ich glaub, hier kann man auch zu sagen, das ist fast wie so eine Liebeserklärung an die alten Dungeons & Dragons. Also es ist wirklich noch so ein Dorf, da gibt es verschiedene Gruppen, die einfach Quads machen und dafür bezahlt werden. Ja, es ist schon sehr viel von so dieser Videospiel-Logik und Ästhetik in dem Heft drin. Stimmt schon. Ja, aber wie gesagt, also was mir halt so ein bisschen Schwierigkeiten gebracht hat, wie gesagt, das eine sind halt eben quasi schon fast, jetzt fehlt mir das Wort Inflationär, ist das das Richtige? Das ist damit, also das mit diesen ganzen Schimpfwörtern. Fandest du das so extrem? Also ich sag ja, es war hart an der Grenze an, es ist ein bisschen zu viel. Ah, ich fand's immer hart. Aber ja, noch auf der anderen Seite mit okay, noch erträglich und noch gut. Und was mir halt dann wieder nicht so gefallen hat, war dann so, ja, diese Anleihen, diese Verbindung zur jetzigen, echten, modernen Welt, dass die eine Zauberin da zum Beispiel so einen magischen Stein hat, der jetzt quasi als Handy fungiert, wo sie natürlich ihre Mutter anruft, worauf sie keinen Bock hat und dann telefoniert sie die ganze Zeit mit der Mutter und sagt der Mutter, sie soll dem Papa sagen, dass sie jetzt mit dem Ork geht, weil der Papa dann total ausflippt, weil sie ist ja eine Elfin, der kann sie nicht mit dem Ork gehen. Und da denke ich, ja, okay, lustig, aber vielleicht doch ein bisschen, ja, egal. Aber ich sag dir, ich geb auch meine Empfehlung, auch als Typ geb ich halt meine Empfehlung, guckt es euch an, liest es, es ist cool, ich mag es auch. Und weil es halt wieder so eine schöne neue Geschichte ist und man braucht irgendwie keine 20-Hälfte-Vorgeschichte und das ist echt, das ist frisch, so alt ist es auch noch gar nicht. Ich glaub letztes Jahr, 2013 oder so ist es rausgekommen. Sicher ist das nicht erst dieses Jahr, also zumindest der Sammelband dieses Jahr ist erschienen. Das kann sein, ja. Weil ich hab ja auch direkt nachgeguckt, wann es denn wohlmöglich auf Deutsch kommen könnte und ja, der erste Sammelband ist erst vor ein paar Monaten erschienen, das heißt, aber sobald es auf Deutsch kommt, werde ich es mir wahrscheinlich auch holen. Und ich hab mich auch schon so gezwungen, es gibt ja schon neue Einzelhafte und nein, nicht angucken, nicht angucken, weil ich warte immer gerne auf. Ja, das war es auch soweit mit Red Queens. Ja, totale Empfehlung von mir. Ja, beide Daumen hoch. Und dann kommen wir jetzt erstmal zur für heute letzten Geschichte, die du auch mitgebracht hast und die nennt sich Hinterkind. Hinterkind, genau. Hier hab ich mich auch vom Cover wieder leiten lassen. Ich fand das total interessant und dennoch dieses Setting, und zwar hat das so ein bisschen was von, also angerissen von Last of Us. Das ist so, sorry, so ein bisschen Apokalypsen-mäßig. Die Menschheit ist fast ausgerottet und die Natur, Mutter Natur, hat wieder die Oberhand gewonnen. Also viele Häuser, die schon wieder mit Wald und Moos bedeckt sind und alles ist total urig geworden. Dann ist da so ein kleines Dorf, wo halt die letzten, oder ein Grüppchen von überlebenden Menschen ist. Aber die Menschen sind nicht allein. Und zwar gab es wohl ganz früher, vielleicht schon vor den Menschen, diese Hinterkind, nennen sie sich. Ich sag mal in Anführungszeichen, Fabelwesen. Ja, schlussendlich sind es ja so. Ja, das sind halt Trolle, das sind auch Feen, das sind... Alles, was eigentlich nur noch in Legenden bei uns existiert. Genau, aber es sind halt nicht nur diese, diese Grüppchen von Fabelwesen, das sind halt auch irgendwelche anderen Viecher, sag ich mal, die so zombie-mäßig Krankheiten hatten, zerfallen sind und die sich jetzt aus Menschenteilen, so Ersatzteilen lagermäßig, wieder zusammenflicken. Ja, im Großen und Ganzen geht es hier um ein Mädel und deren Großvater und den Kumpel vom Mädel. Ich finde es ein bisschen verwirrend. Ich bin auch nicht so ganz durchgestiegen. Erst so beim zweiten Durchblättern habe ich erst gerafft, okay, alles klar. Weil das schon ein bisschen verwirrend ist, finde ich. Ja, der Einstieg wird einem nicht leicht gemacht. Also ich habe das Heft, du hast es mir ausgeliehen, ich habe es auch mal reingelesen. Ich habe es nicht durchgelesen, weil ich dann doch sehr harte Kritikpunkte an dem Heft habe. Aber ja, das Heft macht es einem nicht leicht, weil auch diese ganze Hinterkind-Geschichte, wie das zusammenhängt, wird erst im Nachhinein so angedeutet und man muss sich die Erklärung selber so ein bisschen auch zusammenreimen, bevor es dann halt auch mal so ein bisschen großzügiger erklärt wird, was es damit zu tun hat. Und schlussendlich wird halt gesagt quasi, dass die Menschheit, als sie aufgetaucht ist auf der Welt, die Welt bzw. die Natur mit ihrer Zivilisation in die Schranken gewiesen hat und immer weit zurückgedrängt hat und damit quasi diese sehr naturverbundenen Hinterkind, also diese mythologischen Wesen auch, verdrängt hat, soweit, dass sie quasi nur noch in Sagen und Mythen existieren. Und dann ist halt irgendwas passiert, was die Menschheit wiederum an den Rand der Ausrottung gebracht hat und dadurch erstarkte die Natur. Und die Hinterkinds sind wieder aufgetaucht und sie hassen natürlich den Menschen und wollen sie eigentlich nur schütten. Ja, und das ist halt so der Grundtenor in der Geschichte. Und dann geht es, wie du auch schon sagtest, um halt dieses Mädchen, Genau, um das Mädel. Was halt ihr Dorf verlässt. Genau, weil ihr Freund hat, ich sag mal, einen Rattenschwanz. Ja, er hat halt eine Mutation entwickelt. Genau, entwickelt. Und er denkt so, oh Gott, ich bin nicht normal und die werden mich alle rausjagen. Deshalb verlässt er die Stadt. Aber seine beste Freundin kommt natürlich mit. Und dann stoßen sie halt auf diese Hinterkind, von denen aber die Menschen, also auch diese Gruppen, weil sie halt sehr isoliert überall verteilt sind, leben auch bis dato gar nichts wussten. Also sie dachten, das sind, also sie wissen gar nicht, was halt außerhalb ihres Dorfes ist. Ja, genau. Also die leben jetzt da zum Beispiel im Central Park mitten in New York, wissen aber zum Beispiel nicht, was auf der anderen Seite, was auf der anderen Seite hinter dem Fluss, hinter der Brücke halt überhaupt lauert, was es da überhaupt gibt. Es gibt halt irgendwie so Gerüchte, dass es halt irgendwelche Monster da lauern, aber das wird halt alles als Blödsinn abgetan. Bis halt dann diese beiden Jugendlichen das erste Mal halt wirklich auf so einen Troll stoßen. Auf einen pinken Troll mit anderen Armen. Auf einen pinken Troll mit vier Armen. Ja. Also so viel erstmal zur Geschichte selber. Hast du was über Autoren und Zeichner? Und zwar der Autor von der Geschichte ist Ian Adjinko, Adjinko, ich kann es absolut nicht aussprechen. Der hat auch ein X-Force geschrieben teilweise und ein Leviathan. Das kannte ich jetzt leider nicht. Ich habe auch nicht so viel über ihn gefunden, außer dass er noch eine Comic-Version des Hellgate-Landons-Spiels gemacht hat, also geschrieben hat. Und auch ein paar Warhammer-Comics. Also der ist eher so, der ein bisschen Underdog-mäßige, sage ich mal. Ich glaube, ich habe den vor kurzem selbst irgendwie gegoogelt. Das sagt mir was. Also Hellgate-Landons-Warehammer, das sagt mir irgendwas. Also dass ich da irgendeinen hatte, der das halt auch irgendwie zu verbuchen hat. Also ich habe nicht viel, viel gefunden über ihn, genauso über den Zeichner, dessen Namen ich auch nicht aussprechen werden können kann. Francesco Trifugli. Trifugli. Es tut mir leid, das ist ja schon was lächerlich. Der hat an der Serie gezeichnet, oder an einem Comic Mystery in Space, sagt mir jetzt auch nichts wirklich. Und weiteres habe ich auch gar nicht über ihn gefunden. Der Name, der sagt mir auch überhaupt nichts. Aber der Zeichenstil ist auch ein bisschen nicht so. Das Cover, da wollte ich gleich drauf zurückkommen. Also das Cover führt einen leicht in die Irre, weil das Cover sieht sehr, sehr schön aus. Ist sehr ansprechend, finde ich halt auch. Aber die Zeichnung selber, also ich habe da meine herbe Kritik gegen. Ich habe da gerade eine Seite rausgesucht, wo man das sehr schön zeigen kann. Und zwar auf dieser Seite hier, da sieht man nämlich einen Knackpunkt, oder eine Sache, die ich echt anzumäckern habe. Und zwar sieht man halt einmal hier das Mädel, um das es geht, die Hauptfigur. Und hier unten ist ein weiterer Protagonist, glaube ich mal, der halt eingeführt wird in die Geschichte. Und die sehen einfach mal komplett gleich aus. Der einzige Unterschied ist halt, das Mädel hat halt ein bisschen Licht in den Haaren und er hat halt komplett schwarze Haare. Aber weil der Zeichner es einfach nicht hinbekommt, quasi einem dasselbe Gesicht über mehrere Panels gleich zu halten und es immer so leicht unterschiedlich ist, kommt man da ganz schnell durcheinander, wer jetzt wer ist und muss dreimal drauf gucken. So extrem finde ich das nicht, aber ich sehe es auch schon. Ich finde seinen Zeichenstil, also ich finde ihn, er ist einmal handwerklich, finde ich ihn nicht besonders gut gemacht. Also bei vielen Sachen denke ich mir, ja cool, das könnte ich auch. Und andererseits ist er auch so langweilig. Der hat halt so nichts Eigenes, nichts Eigenständiges, nicht so wie Saga. Also ich vergleiche den Comic nicht mit Last of Us, also nicht mit dem Videospiel, sondern halt würde eher gehen, so eine Mischung irgendwo gefühlt, beim Lesen gefühlt, so von Saga und Why the Last Man. Und die Zeichen gehen halt auch in diese Richtung, nur dass sie einfach deutlich schlechter sind, irgendwie drei Level schlechter und haben halt eben auch nichts Eigenes. Also Saga hat halt eben diesen sehr, auf wenige Striche, aber man erkennt trotzdem alles und irgendwie tausend Emotionen durch drei Striche im Gesicht dargestellt. Hat der hier gar nicht. Also der hat einfach mal viel zu viele Striche einfach benutzt, die dann auch wieder total stören und ablenken. Aber mich hat halt die Thematik wirklich interessiert, weil es ja auch wirklich, also es ist ja so eine apokalyptische Welt und wo die Mutter Natur wieder... Und das Setting, das war schon für mich erst mal der Kaufgrund. Ey, auf dem Papier, als du mir auch davon erzählt hast, auf dem Papier klingt das Ding total spannend und total super, deswegen wollte ich es ja auch mal reinlesen. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass ich halt irgendwie ab der Hälfte abbreche, weil ich weiß nicht warum, aber die Geschichte hat mich einfach irgendwie nicht packen können. Also ich kann es nicht genau beschreiben, aber eigentlich so die Grundgeschichte von wegen, ja, Welt zerstört und es gibt halt eben mal keine Zombies und es sind die mythologischen Wesen, die dann auf einmal auftauchen und die Menschheit quasi bedrohen oder die letzten Reste der Menschheit und so was. Ja, also das klingt sehr cool, aber irgendwie hat es das Heft nicht geschafft, mich zu überzeugen und mir Bock gemacht hat. Also ich sag mal, ich habe ja noch nicht mal das erste Heft durchgelesen, mir Lust gemacht hat, halt weiterzulesen. Irgendwann hat es mich verloren und ja, was schade ist. Also ich habe mir halt sehr viel vor allem von dem Cover versprochen, weil auf dem Cover sieht man so viele Sachen, die halt so cool irgendwie angedeutet werden. Man denkt sich, oh, ist das vielleicht so was, so eine Neuinterpretation von Die Reise nach Ost oder so, weil ich finde, das Cover erinnert stark an irgendwas Ost-mäßiges. Aber in das Bild auch schon, dass sie halt in der Zukunft sich so Löwen mit Tigern gepaart haben. Genau, genau, diese Löwen-Tiger-Mischlinge und dann sie mit dem Pfeil und Bogen, was ja schon so ein bisschen an Hunger Games erinnert. Aber irgendwie bringt der das Heft das alles irgendwie nicht rüber, was es halt verspricht. Ja, ich finde die Charaktere auch ein bisschen mau. Also die haben halt nicht so Persönlichkeit, sage ich mal. Die sind einfach so ein... Man fühlt sich nicht zu dem verbunden. Vielleicht ist es das, was mich halt verloren hat, weil die werden auch irgendwie komisch vorgestellt. Also man erfährt wenig über sie und was man erfährt, ist halt so, passt eigentlich mehr zu Nebenfiguren als zu Hauptfiguren. Ja, genau. Und das halt irgendwie bei allen. Also keine der Figuren wird halt so aufgebaut, dass man sagt, okay, cool, mit dem identifiziere ich mich, den will ich weiterverfolgen, der ist cool. Ja, die sind halt alle langweilig. Ja, der eine Typ hat einen Rattenschwanz und heult, flennt und will jetzt weg. Ja, ja. Und sie wird eingeführt als so knallharte Jägerin und sie beim ersten Pfeilschuss trifft sie gleich und erlegt das Tier und juhu, sie haben Essen gesammelt fürs Dorf und so und am Ende ist sie auch nur noch ein Mimimi. Ja, und dann machen sie auch so Dummheiten, hauen da ab und ach, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, wenn man Bock auf was Neues hat, dann kann man sich ja auch ruhig umgucken und ich bin auch drauf gestoßen und dachte, hey, ich guck mal rein und es kann halt nicht alles immer so ein Glückstreffer sein. Also ich würde eher sagen, schaut nach einer Leseprobe. wenn es euch zusagt, okay, ansonsten nehmt lieber Red Queens oder Battle Chaser oder irgendwas ganz anderes. Das waren doch schon unsere drei Höftchen für heute. Ja, dieses Mal war es das. Ja, mehr gibt es halt nicht zu sagen. Wie gesagt, zwei auf jeden Fall Empfehlungen, eine so naja. Ja, und... Aber wenn ihr noch Comics so aus dem Fantasy-Genre kennt, dann empfehlt sie uns ruhig, weil ich bin totaler Fan von Saga und von Red Queens und dieses ganze Setting. Das finde ich total... Das lese ich weg wie sonst was. Ja, wobei du auch mehr auch Fan bist von so klassischer Fantasy. Also wenn... Ja, so, so... Ich weiß... Letztens Splitter Verlag angeguckt und überall wo Elfen drin waren, musstest du draufklicken und lesen und die angucken. Aber das nicht so klischeehaft, das stimmt nicht. Ich mag das einfach nur ganz gern. Ja, weil ich bin bei Fantasy ein bisschen schwerer zu knacken. Also für mich muss... wie halt eben bei Saga dieses Sci-Fi-Fantasy-Sein oder Battle Chasers irgendwie auch nicht 100% Fantasy, aber mit coolem Zeichenstil oder eben Red Queens Fantasy mal ein bisschen anders erzählt. Also für mich braucht es schon so einen bestimmten Dreh. Deswegen weiß ich halt eben nicht, ob ich mit den... jemals mit den Game of Thrones-Heften irgendwie warm werde, weil das ist für mich zu... Ja... Ja, weiß nicht, zu langweilig. Also dafür lese ich halt schon die Bücher. Da brauche ich die Comics jetzt nicht auch nochmal dasselbe, nur mit Bildern lesen. Und das ist mir dann doch zu langweilig. Ja. Aber wie gesagt, empfehlt uns bitte... Genau. Empfehlungen, immer her damit. Ich bin jedes Mal froh. Ich bin auf jeden Fall auch immer auf der Suche, sorry, ich bin immer auf der Suche nach neuen Geschichten, nach etwas unbekannteren Sachen, wo man nicht einen langwierigen Einstieg braucht. Und deshalb immer her damit. Ja, deswegen bin ich auch froh, also jedes Mal, wenn ich halt irgendwie mich vorbereite auf den Comic-Zircle und halt nach den Autoren und nach den Zeichnen google, dass man dann halt eben teilweise irgendwie auf neue Hefte stößt, die sie gemacht haben, wo dann auch steht, preisgekrönt und so viel abgeräumt und total beliebt. Und dann denke, ja, okay, guck es mal an. Und dann findet man halt immer wieder irgendwie Sachen, wo man denkt, ey, cool, das... So, komm, Wunschzettel, das bestelle ich mir jetzt irgendwann. Und das ist halt immer super, also neue Hefte zu finden, ist immer cool. Ja. Ja. Und deswegen immer her mit euren Empfehlungen, also ich freue mich da jedes Mal drauf. Ja. Wenn sowas kommt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Mit einem Haufen voller neuer Comics. Freut euch auf. Wir haben schon voll geplant. Also wir haben so einen Riesenhaufen mit Sachen, die wir machen wollen und sind noch am rumsortieren und der leiht das aus, der leiht das aus. Voll uncool. Jetzt habe ich meine Verabschiedung viel zu früh gemacht. Ich habe einfach nur noch was drangehangen. Blöderweise. Was wir schon seit fünf Minuten machen, immer weiter dranhängen und weiter dranhängen und jetzt hängt immer wieder was dran. Egal. Egal, jetzt sagen wir es endlich tschö. Okay. Tschüss. Tschö. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Keine Ahnung. Was? Im Sackkratzen. Ja, die Technik ist halt eben irgendwie quasi durch den Wienstoff seine Boxershorts.